Der Wunsch In einem Jungen Menschen Was Besonderes zu sein Oder die besondere zündende Idee zu haben Dieser Wunsch Allein, der ist uninteressant Der Wunsch Ich will ein Toller Unternehmer werden Alleine ist uninteressant Was interessant ist natürlich Wenn du ein Produkt erfindest Was andere Brauchen Und insofern Muss man sich immer fragen Was fehlt Also nicht, was will ich Sondern, was wird gebraucht Und Das Mann ist Mann Nahtlose Rohr War eben gebraucht Und Und wenn man irgendwie Ein gesundes Verhältnis Hat von seiner Selbstsicht Was Und was kann ich beitragen Also so ein Ehrgeiz Der gerichtet ist In irgendwie ein Beitragen Was wird gebraucht Dann Dann ist das ein Selbstgänger Das wird dann Das ist Wenn das ehrlich gebraucht ist Und man hat da einen Beitrag zu Dann Ist das erfolgreich Und wirklich Across the board In Wirtschaft Wissenschaft Kunst Und All das Ist möglich In Remscheid Ich bin Wolfgang Tillmans Und wir sind Remscheid Und Vielen Dank.